SEGA TV Hi, das ist SEGA TV. Wir bringen heiße Action, Spitzensport und schrille Abenteuer. Was willst du denn hier? Wir wissen, wie es geht. Ganz einfach mit dem Mega Drive. Der Mega Drive ist der Schlüssel zu SEGA TV und zu Jurassic Park. Das Dinomäßige Videospiel zum Film Don't Zap. SEGA TV Was ist der Hammer auf SEGA TV? Sonic Spinball. Exklusiv. Der schnellste Riegel der Welt fliegt völlig aus. Da rattert es in der Kiste. Ist das nicht klasse? Sonic Spinball auf dem Mega Drive. Das ist SEGA TV. EXCELLENT! Oh oh, Schneckenerlauch. Oh, da kommt ja süß. Ach Max, ich liebe dich noch immer. Was, was ist das denn? Wow, ein Mega Drive. Und mega günstig, weil es ihn jetzt ohne Spiele gibt. Aber ich hab doch gar keine Spiele. Aber ich kapische. Ja, haben Sie das gesehen? Ja. Aber Ihr Termin-Chef. Ach ja. Ah. Können wir jetzt, meine Herren. Der Mega Drive. 16 Bit Power. SEGA Games People Play. Hier stimmt Qualität und Dynamik. Das wünsche ich mir von Ihnen auch, meine Herren. Der Mega Drive und vier irre Spiele. Zwei Kontrollpads. Jetzt als Magnum-Set. Zum Wahnsinnspreis. SEGA, der Bessere, gewinnt. Die müssen verrückt sein. Der Mega Drive und vier irre Spiele. Zwei Kontrollpads. Jetzt als Magnum-Set. Zum Wahnsinnspreis. SEGA, der Bessere, gewinnt. Die müssen verrückt sein.